Thylakuleus, jeder kennt sie und jeder wurde wahrscheinlich auch schon mal von seinem Flugdino runtergezogen, wenn man durch den Redwood geflogen ist. Und die meisten mögen sie nicht, allerdings sind die ultra stark und deswegen zeige ich euch heute, wie man einen zähmt. Wir gehen direkt rein, also wir brauchen heute einen Argentavis und einen Para. Wenn ihr ohne Mod spielt, wenn ihr mit Mod spielt, die euch irgendwie Dinos anzeigen, dann braucht ihr das nicht, aber das ist unsere Versicherung. Ansonsten benötigen wir eine Flinte zum Betäuben, wir brauchen natürlich auch Betäubungspfeile, damit wir betäuben können. Wir brauchen vier Metalltafeln. Wichtig, es sind Tafeln, keine Schilder. Es gibt da einen Unterschied, Schilder sind eben einfach deutlich kleiner, funktioniert nicht. Wir brauchen eine große Bärenfalle und wir brauchen überragendes Kibbel oder gekochtes Fleisch. Also Thylakuleus sind die einzigen Kreaturen, die gekochtes Fleisch bevorzugen. Da einmal im Dododex gucken, ich blende euch das aber auch hier ein. Da muss einmal der Nico aus dem Schnitt den Vergangenheitsnico ergänzen und zwar ist es natürlich auch super sinnvoll, dass ihr euch Betäubungsmittel mitnehmt, weil der Thüler natürlich aufwachen kann. Und es scheint mir auch sinnvoll, eine Kryokapsel oder den Sattel mitzunehmen, damit ihr den Thüler dann auch dort wegbekommt. So, der Para ist jetzt bei mir Level 225, habe ich gerade für mich reingespawnt. Wichtig, der muss nicht unbedingt überleben, deswegen nehmt euch da irgendeinen Trashigen mit. Wir gehen hier einmal in die Einstellung von ihm und dann zwar in die Alarmeinstellung und aktivieren einmal den Geschützmodus. Weil dann wird er so ein bisschen rumheulen und uns sagen, hier sind Feinde in der Nähe, sieht man jetzt ganz schlecht, ist dann in rot markiert. Aber wenn wir gleich über den Redwood fliegen, dann sehen wir zumindest, wo sich Thylakuleus aufhalten, damit wir sie auch zähmen können. Denn im Idealfall überraschen wir sie und nicht sie uns. Gut, dann packen wir uns einmal den Para und fliegen mit ihm los Richtung Redwood, wo eben die Thylas zumindest auf die Island sind. So, wir sind jetzt im Redwood und fliegen hier einfach ein bisschen rum. Dann müsste der Para irgendwann anschlagen, wenn er irgendwas Böses erkennt. So, wir sehen jetzt hier einen vor uns, habe ich übrigens vergessen, natürlich Fernglas mitnehmen, auch eine gute Sache. Weil dann könnt ihr natürlich gucken, welches Level der hat. Wir fliegen jetzt mal ran, ich würde sowieso immer empfehlen, wenn der Para anfängt, irgendwie dieses Geräusch zu machen, dass ihr langsamer werdet. Wenn wir nah genug dran sind, müsste euch eigentlich auch der Tülle angezeigt werden. Jupp, sind wir. Das heißt, wenn ihr also die Augen ein bisschen aufmacht, dann solltet ihr die auch schon vorher erkennen, habt aber so ein bisschen ein kleines Sicherheitssystem drin sozusagen. So, wir bauen jetzt mal eine ganz einfache Falle aus den Schildern, sodass einmal ausstellen, dass sie euch nicht folgen. Und ganz wichtig, Agi und Para, wenn ihr die behalten wollt, beziehungsweise es einfach sein soll, den Tüller zu ziehen, dann auch ein bisschen weiter weg von der Falle platzieren. Das habe ich eben nämlich falsch gemacht, deswegen muss ich es nochmal machen. Wurde nämlich mal Agi angegriffen und nicht die Falle, beziehungsweise nicht ich. So, wir bauen so ein Viereck auf. Hier ist eine Falle drin, wenn die aufgeht. Machen wir folgendes. Falle geht auf. Wir schießen den Tüller an. Schuss hittet. Tüller fällt aus dem Baum raus. Tüller kommt am Stein nicht vorbei. Ja, das kann man tatsächlich haben, dass der Tüller einfach am Stein nicht vorbeikommt und dann einfach nur runterfällt. Ich schieße ihn mal eben einmal an. Und hoffe, dass er mir jetzt folgt. Und es hat funktioniert. Wir laufen einmal rum. Zigit sage, du bist eingesperrt. Und dann, also er kommt jetzt nicht mehr raus. Die Falle ist jetzt offen quasi. Aber jetzt können wir eben die Headshots verteilen. Der hat auch einen Bonus auf Headshots. Das heißt, er kippt dann schneller um. Wir nehmen jetzt natürlich den Level 15 nochmal mit fürs Video. Ihr könnt euch dann natürlich einen raushufen, der deutlich höher ist. Wir ballern das Kibbel hier rein. Wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit im Redwood stehen wollt, dann könnt ihr auch in euer Inventar gehen. Und hier oben bei der Dino-Pfoto mit dem Plus könnt ihr euch den Tüller einfach markieren. Und wenn ihr dann weggeht, seht ihr schon, dass da so ein blaues Ding ist. Und wenn ihr dann mit dem Faden kurz drauf guckt, seht ihr auch, wie lange er noch bewusstlos ist. Und der Argi ist übrigens dafür da, natürlich einmal um den Para zu tragen. Aber wir wissen alle, Redwood auch relativ gefährlich. Deswegen ist er auch dafür da, um das Gebiet vorher zu clearen. Also hier war ja jetzt nichts. Habe ich ja mit dem Paar auch gesehen. Ja gut, der Argi wurde einmal kurz angegriffen. Das war es aber auch. Und dann seid ihr hier auf jeden Fall sicher. Und könnt ihr eben auch so eine Aktion machen, wie Tüller fällt runter, bleibt am Stein hängen. Und dann könnt ihr eben einmal hinrennen, ihn nochmal anschießen und dann in die Falle selber locken. Das ist natürlich ein bisschen cooler. Also perfekt ist es natürlich. Ihr steht hier unter, schießt ihn einmal an, er fällt runter, kommt auf euch zu. Dann habt ihr ein ganz, ganz einfaches Spiel. Jo! Und da haben wir ihn auch. Wollt gerade nochmal nachgucken. Weil das doch relativ lange gedauert hat mit ihm. Ich habe hier die Zehmeinstellung für meine Story-Welt auf mal 5. Wir sind im Singleplayer unterwegs. Das heißt, alles was im Dododex steht, ist nochmal deutlich schneller. Aber hat funktioniert. Da haben wir unseren Tüller. Und dann können wir unseren Dattel hier einfach raufschmeißen. Wir nehmen mal eine Wand weg. Und sorgen mal dafür, dass es 14.30 Uhr ist in der Welt. Und dann haben wir unseren Tüller. Und können hier mies Schaden machen. Deswegen ist jetzt Tüller so toll. Gut, vielleicht war es jetzt nicht die beste Aktion gegen Stegos, das auszuprobieren. Aber ihr seht, Blutungsschaden ist dabei. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Und wenn du wissen willst, wie man Giga mit einer ähnlichen Taktik filmen kann, dann empfehle ich dir das Video hier auf dem Bildschirm. Und bis zum nächsten Mal.